Das bin ich, Primona. Ich habe etwas, das die Welt viel besser machen kann. Ich finde es toll, wenn Tiere glücklich sind. Komm mal her, Radio! Ich wünsche mir, dass alle Tiere so leben. Doch leider... Sieht die Welt oft so aus. Ekelig, grau, furchtbar. Aber ich habe etwas, das kann die Welt besser machen. Das ist Gwendoline Waldemar Öko. Ein langer Name. Deswegen kürze ich ihn ab. G-W-Ö Sie hat die Superkraft, nur mit ihrem Tanz und ihrem Zauberstab die Welt zu verwandeln. Ich wünsche mir, dass du den Mülleimer verschönerst. Oh, das ist schön. Vielen Dank. Ich würde gerne wissen, was sich andere Kinder wünschen. Wenn ich zaubern könnte, würde ich in der Welt verändern, dass es mehr Bildung gibt. Dass es einfach nicht so viele Kriege gibt. Und ich will auch, dass die Palmölplantagen nicht immer so abgebaut werden. Wenn ich zaubern könnte, würde ich in der Welt verändern, dass die Autos nicht die Umwelt verschmutzen. Schickt uns doch einfach eure Videos an. Dann das Beste ist, die GWÖ gibt es wirklich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.